so dann machen wir die nächste mission wir haben nämlich die maschinistin verärgert glaube ich das maximale lichtlevel ist ja oder ihr gesagt power level ist ja 500 gestiegen viel fehlt da nicht mehr wenn meine rüstung schon auf 440 geht und so der hat zufall perks welche sind denn zufällig geschlossene verursachen zusätzlich schaden kriech was ffk 18 brutal was was geht mit dem ab da ist auch noch captain chaos läuft bei denen würde ich sagen oh gott dann machen wir mal die mission Vielen Dank. 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 Toll. Nicht gut. Wir sind jetzt im Oh, was? Was? Du musst mich wohl verarschen. Mach das Ding da weg. Warum? Warum? Alles funktioniert. Okay. 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 Du stößt auf, okay, 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 okay. Das Geschütz hat schon bessere Tage gesehen, aber ich denke es zum Laufen. Huuuuhuuhuuhuuhu. Da will ich nicht stehen an deiner Stelle. Ich habe dich gewarnt. Ich habe ein Geschütz! Huuuuh! Gewicht, gewicht! Das ist mein Geschütz! Das ist mein Geschütz! Ich gebe das nicht mehr her. Ja, und wo tue ich das hinfügen? Ah, hier. Ihr gebt mir... was? Ihr gebt mir Deckung? Seit wann gibt mein Geist mir Deckung, bitte? Ah. Aua. Ah. Ah. Ja, ich weiß, empfohlene Power 450. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Sonst war es glaube ich immer angepasst. Obwohl... naja, später wird es glaube ich wieder angepasst sein. Ich habe halt noch nie wirklich Missionen gemacht, die über meinem Level waren. Oder eher gesagt über meinem Licht. Äh. Ich meine mein Power. Boah. Au. Alter, die hauen rein. So, irgendwo ist noch ein Snipe, Alter. Ich habe den, ich ja... Ich habe den, ich ja... Dein... Ernsthaft... Und dieser kleine... Kleiner... Drecksack. So, jetzt so war. Ich hab's. Gebt mir Deckung. Es gibt zwei Arten von Level, das normale und das Power-Level. Navigationsmodul installiert. Dein Streitwagen ist belastet. Wow. 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 Alter. Wahrscheinlich als Checkpoint, wenn ich meinen verliere. Ach komm, ich fahr euch einfach platt. Ja. Ja. егоher. Wow. 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 Muss ich jetzt aussteigen dafür oder wie? Ah! 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 Jaaa, schön! Kommt mir nicht zu nah! Ihr wisst mir eindeutig zu heiß, Freundchen! Wie mag ich? Okay. Ausdämmich! Ich orte hier drin riesige Fluchtcontainer mit dunklem Entfern, genug um eine ganze hohen Armee zu erwinnen. Huwots! So, das ist die, dann geht's! So, das ist es! So, jetzt geht's! So! So, jetzt geht's dich. So! So! So, jetzt geht's! Ich glaube ich brauche einen neuen Da hinten ist ja auch noch einer Ich glaube ich bin Oh, 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 oh. Ah, die kann ich zum Misshaften. Okay. Aua Stirb doch endlich So Oh, da kommen ja die Monstrositäten Oh, calm Wie gesagt Jetzt sind sie tot Hallo, klopp klopp Wie gesagt Ähm Die Maschinistin überfällt schon seit Jahren den Raum diesseits des Jupiters Was sie nicht an die anderen Barone weitergeht, behält sie für sich Ich brauche einen neuen Drakon Hallo Drakon Ja, jetzt Da ist das nicht schön Immer wieder einen neuen Panzerhof zu spüren Ähm Ich will das in die Luft ja immer Ja Und Okay. Ich mache jetzt mal so viele Feinde wie möglich kaputt. Da drin ist nämlich auch schon... Kann ich da nicht reinschießen? Merkt. Okay, der scheint safe zu sein. Wir müssen eine Energiequelle sein. Gut. Gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Da kann ich nicht mit Panzer rein.